Marian Füssel ist ein deutscher Historiker, der die frühe Neuzeit erforscht. Der Sohn des katholischen Theologen Kuno Füssel studierte neuere und neueste Geschichte, Philosophie und Soziologie in Münster. 2000 erfolgte der Magister. Von 2000 bis 2004 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster. 2004 wurde er in Münster bei Barbara Stolberg-Rillinger promoviert. Das aus der Dissertation hervorgegangene Buch gelehrten Kultur als symbolische Praxis. Rang, Ritual und Konflikt an der Universität der frühen Neuzeit wurde von HSUZU Kult als das historische Buch des Jahres 2008 in der Kategorie Frühreif Neuzeit ausgezeichnet. Von 2004 bis 2008 war Füssel Assistent am historischen Seminar der Universität Münster. Als Junior-Professor für Kulturgeschichte lehrte er im Sommersemester 2008 an der Universität Gießen und von Wintersemester 2008-09 bis Wintersemester 2010-11 als Junior-Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Göttingen. Seit Wintersemester 2010-11 lehrte Füssel als Professor für Geschichte der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der Wissenschaftsgeschichte an der Universität Göttingen. Einen Ruf an die Universität Halle-Wittenberg auf eine W3-Professur für Wissenschaftsgeschichte lehnte er ab. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des Siebenjährigen Krieges, die Militärgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, die Universitäts-, Wissenschafts- und Studentengeschichte der frühen Neuzeit, die Geschichte der Gewalt, die Mediengeschichte, die symbolische Kommunikation, die Aufklärung, die Historiografiegeschichte und Theorie der Geschichte, Schriften, Monografien, gelehrten Kultur als symbolische Praxis. Rang, Ritual und Konflikt an der Universität der frühen Neuzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2006 ISBN 3-534-19599-X Universität Dissertation 2003-2004 Der Siebenjährige Krieg Ein Weltkrieg im 18. Jahrhundert Beck, München 2010 ISBN 978-3-406-60695-3 Waterloo 1815 Beck, München 2015 ISBN 978-3-406-676727 Herausgeberschaften mit Thomas Weller Ordnung und Distinktion Praktiken sozialer Repräsentation in der ständischen Gesellschaft Remmer, Münster 2005 ISBN 3-930454-556 Michel Desserto Geschichte, Kultur, Religion UVK Verlagsgesellschaft Konstanz 2007 ISBN 978-3-89669-6281 mit Michael Sikora Kulturgeschichte der Schlacht Schöning, Paderborn 2014 ISBN 978-3506-777-362 Schöning, Paderborn 2015 B Ass York Holding Kolor jsut Vielen Dank.